Die Gebetshaltung Du stehst auf beiden Beinen, auf beiden Füßen, gleichmäßig eingesunken. Zu den Zehenspitzen hin atmest du ein, zu den Fersen atmest du aus. Lass deine Atmung frei fließen, kommen und gehen. Gib deinem Yoga einen Grund. Widme dein Yoga einem Menschen, der dir wichtig ist. Bringe deinen Grund zum Herzen. Lass deine Hände sinken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das rechte Bein nach hinten führen, das linke nach hinten führen und in die blanken Haltung kommen. Der Hund, der nach oben schaut, bring die Schultern auf Höhe der Ellbogen. Der Hund, der nach unten schaut, lauf mit den Füßen nach vorne zu deinen Händen. Komm in die Vorwärtsbeuge und komm kraftvoll wieder nach oben. Ausatmen und die Arme sinken lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020